Los Buh, jetzt bist du krass genug, jetzt gehst du mal her da und hörst mir gut zu. Seht, da oben unter dem Hirzer ist die Gampenalben. Und dann gehst du Samstag, Sonntag, 23. und 24. Juli ein und dann lernst du mal etwas. Weil da oben machen sie ein ordentliches Bierfest. Mit einem ordentlichen Bier, wo es der Kühn von draußen drin hat. Und einer ordentlichen Musik mit acht verschiedenen Bands, Volksmusik bis Blues. Und wenn du zu faul bist zu gehen, dann nimmst du das Hirzer-Bandl. Hast du nicht verstanden? Und sonst schaust du nach unter Gampenalben.id. Jetzt gehen wir her da. Auf. Prost. Zum Fingerbauernmal am Morgenet. Weil der Sotter, der Gott stinkt, der fängt das auch zum Engerling weg. Auf. 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 Auf.